Wenn es um die Entstehung bzw. die Ursachen für Autismus geht, erfreut sich aktuell keine Theorie einer so großen Beliebtheit wie die sogenannte Intense World Theory von Henry und Camilla Markram. Laut dieser Theorie hätten autistische Menschen gar kein grundsätzliches Problem, das soziale Miteinander zu verstehen, soziale Signale zu dekodieren und selber auszusenden. Nein, autistische Menschen würden sich schlicht und ergreifend aus dem sozialen Miteinander zurückziehen bzw. zurückziehen müssen, weil sie im Hinblick auf ihre Sinneswahrnehmung so hochsensibel wären, dass sie von der Intense World, also der intensiv wahrgenommenen Welt, schlicht und ergreifend überfordert und überreizt wären. Somit wird natürlich das Stigma der sozial unbegabten Autisten von den autistischen Betroffenen genommen. Somit werden Autisten sogar positiv gesehen, wenn wir davon ausgehen, dass Hochsensibilität aktuell grundsätzlich eine Sache ist, die in den sozialen Medien als ein positives oder wünschenswertes Phänomen diskutiert werden würde. Ja, das ganz, ganz große Problem ist nur, dass diese sogenannte Intense World Theory wissenschaftlich auf sehr wackeligen bzw. dünnen Beinen, sprichwörtlich gesagt, steht. Das heißt, es gibt tatsächlich nur wenige Belege, die diese Theorie tatsächlich stützen. Auch die Art und Weise, wie Henry und Camilla Markram ihre Theorie vor über zehn Jahren in ihrem eigenen Verlagswesen verbreitet haben, wird immer wieder kritisiert. Das alles ist Grund genug, dass wir uns das ganze Phänomen Intense World Theory einmal kritisch ansehen wollen in diesem Video. Dabei beziehe ich mich in erster Linie auf einen schon im Jahre 2020 erschienenen Artikel auf spektrum.de. Den blende ich euch hier ein, der das ganze Phänomen einmal kritisch untersucht. Aber ich werde natürlich auch meine eigenen Gedanken und Anmerkungen dazu beisteuern. Und diese eigenen Gedanken und Anmerkungen, das sage ich jetzt für alle diejenigen, die neu sind auf diesem YouTube-Kanal, komme nicht ganz von ungefähr. Ich selbst habe fünfmal die Diagnose Asperger-Syndrom, also eine hochfunktionale Form von Autismus, erhalten und bin seit über zehn, seit weit über zehn Jahren inzwischen in der Selbsthilfe für autistische Erwachsene tätig. Das heißt, ich beschäftige mich nicht nur seit geraumer Zeit mit dem Thema Autismus. Nein, ich hatte auch und habe auch Kontakt zu vielen, vielen akkurat diagnostizierten autistischen Menschen. Ja, was ist jetzt das große Problem oder was ist so kritisch zu sehen am Phänomen der Intense World Theory? Schauen wir erstmal in das rein, was laut dem Spektrumsartikel hier vorgetragen wird. Nun, laut diesem Artikel, und ich habe jetzt grundsätzlich erst einmal keine, keine, sehe ich keinen Grund, das anzuzweifeln, was hier in diesem Artikel zusammengetragen wurde. Und ich muss auch ganz klar sagen, dieser Artikel bewirft die Intense World Theory, wieder sprichwörtlich gesagt, nicht mit Mist. Ja, das heißt, dieser Artikel ist kein Verriss der Intense World Theory. Nein, dieser Artikel weist lediglich darauf hin, dass eben diese Theorie nicht so eindeutig ist, wie es manchmal gesagt wird, dass eben diese Intense World Theory, also Theorie, nicht als Wahrheit postuliert werden dürfe, was ja leider natürlich in den sozialen Medien und in der autistischen Community leider häufig passiert. Und der Artikel weist eben auch auf einige Ungereimtheiten, was die Aktivitäten von Henry und Camilla Markram betrifft, hin. Naja, hier wird erst einmal gesagt, das, was die Markrams da herausgefunden haben wollen, ist das Resultat von Studien an sogenannten autistischen Ratten, an Tieren. Die Markrams haben herausgefunden oder wollen herausgefunden haben, dass, wenn man Versuchsratten extremen Außenreizen aussetzt, zum Beispiel extremem Licht oder zum Beispiel extremer Lautstärke, dass diese Ratten sich dann aus ihrer Umwelt zurückziehen und natürlich auch aus dem Miteinander von anderen Ratten zurückziehen, schlicht und ergreifend, um sich vor diesen intensiven Umweltreizen, Außenreizen zu schützen. Tja, und daraus haben die Markrams geschlossen, hey, autistisches Verhalten, die Ratten ziehen sich zurück, dass sei, autistisches Verhalten entsteht, schlicht und ergreifend aufgrund zu intensiver Außenreize. Und das war's. Daraus haben die Markrams dann geschlossen, dass Autismus beim Menschen auf eben demselben Wege entstünde, weil ja bekannt sei, dass autistische Menschen eine starke Neigung zu Überempfindlichkeiten im Hinblick auf Außenreize beziehungsweise Umweltreize neigen. Tja, das findet der Artikel von Spektrum und ich finde das ebenfalls sehr, sehr dünn. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass normalerweise, wenn Autisten mit Ratten verglichen werden und ja, man muss ganz klar sagen, der unkritisch gesehene Schluss von Tierversuchen auf den Menschen, das ist immer kritisch zu sehen, nur in diesem Fall wird es halt einfach nicht gemacht. In diesem Fall beschwert sich die autistische Community eben nicht darüber, dass das mal eben so einfach gemacht wurde. In diesem Fall beschwert sich die autistische Community nicht darüber, mit Ratten verglichen zu werden. Und das, weil, das werde ich auch am Ende des Videos nochmal ganz kritisch hervorheben, die Ergebnisse oder dieses ganze Konstrukt der Intense World Theory vielleicht sehr entlastend oder sehr angenehm zu hören ist für viele autistische Menschen, okay? Man muss dazu sagen, dass diese Tierversuche auch natürlich von anderen Forschern wiederholt wurden. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das tut man nicht, um mutwillig jetzt das sprichwörtliche Haar in der Suppe an der Arbeit von Henry und Camilla Markram zu finden. Nein, es ist ganz normal, dass autistische Versuche, die einmal, das wissenschaftliche Versuche, die einmal durchgeführt wurden, immer wieder von anderen Forschern wiederholt werden. Und es wird dann geschaut, können wir denn diesen Versuchsaufbau wiederholen? Das ist der ganz normale Hergang innerhalb der objektiven Wissenschaft. Es ist sogar eines der wissenschaftlichen Gütekriterien, dass Versuche, die einmal durchgeführt werden, sich auch von anderen Forschern wiederholen lassen und dann zu den gleichen Ergebnissen führen. Genau das war aber in den Nachuntersuchungen nicht der Fall. Man hat bei Nachuntersuchungen herausgefunden, dass die Ratten sich auch gar nicht dann aus dem sozialen Verband und von der Umwelt zurückziehen, wenn die Außenreize ganz besonders intensiv sind. Nein, sondern nur dann, wenn die Außenreize mit einer hohen Intensität sehr, sehr plötzlich erfolgen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist, denke ich, eine Sache, wo auch nicht-autistische Ratten beziehungsweise nicht-autistische Menschen jetzt sagen werden, ja natürlich, das ist bei mir genauso. Wenn ich mich in einem dunklen Raum befinde und plötzlich macht einer das Licht an oder wie in einem Polizeifilm strahlt mir irgendein Kommissar plötzlich mit der Taschenlampe in die Augen, dann habe ich auch einen Impuls, mich abzuwenden. Oder wenn es plötzlich ein extrem lautes Geräusch, einen Knall gibt, etc., dann fühle ich mich auch extrem verängstigt und habe erstmal einen Fluchtimpuls. Tja, das widerspricht nun einmal doch ganz, ganz dolle dem von den Makroms selbst aufgebauten, ja, der aufgebauten Behauptung, autistische Ratten beziehungsweise Menschen würden sich aus dem Sozialverband zurückziehen, weil sie sehr hochsensibel sind. Und zumindestens bei Ratten wurde eben genau das nicht nachgewiesen, obwohl behauptet. Und behauptet ist ein weiteres Stichwort und eine weitere Sache, die im Artikel von Spektrum sehr kritisch beschrieben wird. Es ist nämlich nicht so, dass die Makroms ihre Untersuchungen, die als methodisch mangelhaft von anderen Forschern kritisiert wurden, das muss man hier ganz, ganz klar sagen, in internationalen, peer-reviewten, nach strengen wissenschaftlichen Gütekriterien arbeitenden Journals publiziert wurden. Nein, es ist vielmehr so, dass die Makroms ein eigenes Magazin gegründet haben, das Frontiers Magazine, Frontiers Journal of Neuroscience, zugegebenermaßen heute ein sehr bekanntes Journal, aber da sage ich gleich noch was dazu, ja, und eben ihre eigene Untersuchung in ihrem eigenen Magazin publiziert haben und somit natürlich weitestgehend unkritisch und unkritisiert durch andere Experten, weil natürlich dann keine von anderen streng angelegten Gütekriterien, was muss eine Studie leisten, was muss eine Studie zu bieten haben, um strengen wissenschaftlichen Kriterien zu genügen. Ja, dem konnten sie dadurch natürlich entgehen. Und ich habe gerade schon gesagt, ja, das Frontiers Magazine ist sehr bekannt heutzutage, aber es stand, genau dieses Magazin, es stand auch immer wieder in der Kritik, eben es nicht so genau zu nehmen mit den wissenschaftlichen Gütekriterien. Auch Arbeiten zu veröffentlichen, die bei anderen strengeren Magazinen nicht veröffentlicht werden würden, weil sie eben nicht den strengen wissenschaftlichen Gütekriterien entsprechen. Und auch, dass das Peer Reviewing durch andere höherrangige Experten, das ist so ein Verfahren, das in angesehenen internationalen Fachmagazinen immer stattfindet. Das heißt, wenn jemand eine Studie in einem Fachmagazin einreicht, dann wird diese Studie erstmal zur Begutachtung an verschiedene andere, in aller Regel sind das so circa fünf Experten, verschickt, die auch höherrangiger sind in dem entsprechenden Fachgebiet als derjenige, der jetzt da die Studie publizieren möchte. Und diese Experten schauen sich das nochmal an, nach ihrem besten Wissen und Kenntnisstand und sagen, yo, das ist eine gute Untersuchung oder nö, da sind methodische Mängel drin. Ja, und nur wenn nach diesem Peer Reviewing die eingesendete Untersuchung auch den Ansprüchen dieser Wissenschaftler, dieser Experten genügt, wird es hinterher auch veröffentlicht. Sodurch wird die Qualität der veröffentlichten oder zu veröffentlichenden Arbeiten gewährleistet. Naja, und auch hier wurde, ich habe es schon gesagt, beim Frontiers Magazin häufiger kritisiert, dass man es eben mit dem Peer Reviewing hier nicht so genau genommen hat. Ja, und deswegen ist die Theorie der Markrams eventuell kritisch zu sehen. Sollte auf keinen Fall als Wahrheit postuliert werden, wie es häufig auf Social Media und innerhalb der Autismus Community heute getan wird. Und auch ich möchte noch eine Sache anmerken. Im Spektrumsartikel steht auch, jo, autistische Menschen haben häufig, vielleicht sogar in den meisten Fällen, bestimmte Überempfindlichkeiten. Aber autistische Menschen haben genauso Unterempfindlichkeiten für bestimmte Sinnesreize. Und das finden wir auch im neuen ICD-11, ganz, ganz genau beschrieben. Mache ich euch hier die Einblendung. Da habe ich aber auch schon auf diesem YouTube-Kanal sehr, sehr häufig drüber referiert. Und da habe ich für diejenigen, die das nochmal nachlesen wollen, auch einen entsprechenden Artikel zur autistischen Wahrnehmung auf meiner eigenen Internetseite autismusspektrum.info von Susanne Strasser, die sich seit vielen, vielen Jahrzehnten als Fachkraft mit dem Thema autistische Wahrnehmung beschäftigt hat, auch Bücher zu dem Thema veröffentlicht hat. Lest euch diesen Artikel auf meiner Internetseite gerne durch. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und auf meiner Seite autismusspektrum.info findet ihr auch noch viele, viele weitere Fachartikel von angesehenen Autismus-Experten aus dem deutschsprachigen Raum. Aber um es jetzt nicht den Markraums gleich zu machen, das ist natürlich jetzt nicht das einzige schlagende Argument gegen die Intense Word Theory, das ich hier vorbringen möchte. Nein, ich will nur sagen, es ist bekannt, ich habe ja auch jetzt hier auf den ICD-11 verwiesen. Das ist ja nicht nur meine eigene Quelle, die ich jetzt hier bemühe, das nur als ergänzende Bemerkung. Autisten können auch untersensibel sein. Das heißt, sie nehmen zu wenig wahr. Ganz, ganz häufig zum Beispiel bei Schmerzreizen der Fall. Und es gibt auch ca. 10% immer je nach Studie. Ihr wisst, verschiedene Studien untersuchen dasselbe Phänomen, kommen teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen, wie ja auch bei den Markraums hier und der Intense Word Theory. Es gibt auch 10% aller Autisten, die haben gar keine Wahrnehmungsbesonderheiten beziehungsweise lassen sich diese nicht finden. Und trotzdem haben sie die Diagnose Autismus beziehungsweise zeigen alle anderen autistischen Symptome. Ja, und da möchte ich ganz klar sagen, das sind einfach nun einmal Fakten, die der Behauptung, die autistischen Probleme im Sozialverhalten würden aus einer schlichten Sinnesüberreizung entstehen, massiv entgegensprechen. Möchte ich auch mich selbst nochmal ins Feld führen. Ja, ich habe auch manchmal Probleme, was Wahrnehmung anbelangt. Das merke ich ganz, ganz krass oder im Rahmen meiner Ausbildung, auch in meiner Schule, die ich besuche, beziehungsweise besucht habe, mein Abitur etc. Ich merke zum Beispiel, dass ich viel größere Probleme habe im Hinblick auf Organisation, auf Zettelwirtschaft, dass ich mich da im wahrsten Sinne des Wortes, sprichwörtlich, sehr viel mehr verzettele als meine Mitschüler, dass ich dann irgendwann nur noch Zettel sehe und ja, gar nicht mehr klarkomme. Ja, das alles kenne ich auch, aber ich habe jetzt kein Problem mehr, muss man ganz klar sagen, zum Beispiel in eine Disco zu gehen oder ein Konzert zu besuchen, dort zu tanzen, soziale Kontakte aufzubauen. Und wenn es mir nicht gelungen ist in der Vergangenheit, meine extremen Schwierigkeiten, was das soziale Miteinander anbelangt und dass ich das durch viel soziale Übung ausbessern, überwinden konnte, ja, das habe ich auf diesem YouTube-Kanal schon häufig beschrieben. Wer sich dafür interessiert, auch für meine eigene persönliche Autismus-Story, der abonniere gerne diesen Kanal, falls er es noch nicht getan hat. Ich will nur sagen, was meine sozialen Schwierigkeiten der Vergangenheit und auch die sozialen Schwierigkeiten, die ich heute noch habe, anbelangt, ist zumindestens die Reizüberflutung nicht das Problem. Nein, es ist einfach ein grundsätzliches Unverständnis sozialer Regeln. Und viele Autisten, mich eingeschlossen, sagen ja auch oder sagten auch immer, mir ist gar nicht klar gewesen, ganz wichtig, ganz wichtig, dass zum Beispiel Gestik und Mimik überhaupt eine Bedeutung innerhalb der Kommunikation haben. Das ist doch das Allerhäufigste, dass Autisten sagen, nö, ich wusste das gar nicht, dass Gestik und Mimik, nonverbale Kommunikation überhaupt eine wesentliche Rolle in der Kommunikation gespielt hat. Auch das Verstehen von Sprichwörtern zum Beispiel, all diese Dinge, das hat doch ja wohl erst mal gar nichts mit einer Intense-Word-Theory zu tun. Und wir sehen, dass es doch nun einmal extreme schlagende Argumente dafür gibt, dass das autistische Kernsymptom der sozialen Schwierigkeiten nicht oder nicht nur aufgrund einer Reizüberflutung entsteht, sondern auch aufgrund anderer Faktoren, die es zu einem grundsätzlichen Unverständnis des sozialen Miteinanders führen. Und hier möchte ich sagen, Vorsicht, liebe Mit-Autisten, ich behaupte, dass die Intense-Word-Theory durch einer so großen, ungeprüften Beliebtheit in den sozialen Medien und in der Autismus-Bubble erfreut, weil sie, tja, den Autisten so ein bisschen das Stigma nimmt oder auch, ja, die Notwendigkeit der Eingeständnis des Eingeständnisses nimmt, eventuell bestimmte Dinge einfach nicht zu können. Soziale Regeln nicht zu verstehen. Nonverbale Signale nicht verarbeiten zu können und selber ganz, ganz schlecht mit nonverbaler Kommunikation zu sein. Nein, jetzt wird behauptet, jetzt können Autisten, die diese Theorie als Wahrheit dahernehmen, behaupten, seht mal, ich bin gar nicht schlecht, was meine sozialen Fähigkeiten anbelangt, ich habe gar kein Defizit, ich habe kein Problem, an dem ich eventuell sogar arbeiten müsste, indem ich mir einen Kommunikationscoach hole, whatever, indem ich soziale Regeln auswendig lerne. Nein, ich bin genauso begabt und talentiert wie alle anderen, aber weil ich ja so hochsensibel bin, ertrage ich einfach die Laute und Bunte und viel zu krasse und zu grelle und so hektische Welt einfach nicht und ziehe mich deswegen oder muss mich deswegen zurückziehen und deswegen bin ich nicht, ich sage es jetzt mit Absicht ein bisschen krass, bitte lasst euch nicht davon triggern, ich möchte etwas verdeutlichen, ja, deswegen habe ich einfach kein Defizit, kein Problem im Hinblick auf soziale Fähigkeiten, nein, ich habe sogar eine Superkraft, nämlich, dass ich so sensibel bin. Tja, das praktische Problem bleibt das gleiche, nur, dass es jetzt als absolut unbehebbar, absolut unkompensierbar nahezu gilt, ja, man hat aus der Not eine absolute Tugend gemacht und wir wissen alle, hochsensibel sein, das ist eine Sache, die in den sozialen Medien momentan sehr positiv gesehen wird, Menschen, die nicht sensibel sind, die werden gar stigmatisiert, tja, und somit ist dieses Erklärungsmuster eventuell für Autisten schlicht sehr angenehm und deswegen wird, obwohl ja zum Beispiel dieser Spektrumsartikel schon jetzt drei bis vier Jahre alt ist, eben diese Intense World Theory auch ungeprüft übernommen und postuliert und verbreitet. Auch da nochmal, das ist ein Phänomen, das kenne ich natürlich auch selbst aus den sozialen Medien, zum Beispiel von Instagram. Wenn ich irgendein Instagram-Posting mache auf meinem blauen Autismus-Instagram-Kanal mit einer Aussage, die den autistischen Abonnenten nicht in den Kram passt und ich habe keine Quelle angegeben, dann wird als allererstes nach der Quelle gerufen. Was sind denn die Quellen für diese Aussage? Hast du denn Quellen? Wo hat denn der Autor diese Behauptung her? Das Problem ist natürlich, selbst wenn ich die Quelle dann nachreiche, hilft mir das nicht, denn das Urteil über meinen verachtenswerten Beitrag ist ja bereits gefällt, und da kann ich dann Quellen nachreichen, wie ich will, dann werden diese Quellen zerrissen, klein geredet, angefochten, etc. Es ist ein Fast ohne Boden. Ganz anders aber, wenn ich mal eine Aussage tätige, den Autisten sehr, sehr schmeichelt. zum Beispiel die Intense World Theory beschreibe, dann braucht es überhaupt keiner Quelle, dann gibt es Likes, dann gibt es Jubelrufe unter diesem Beitrag, weil es ja dem eigenen Ego schmeichelt, wozu dann noch eine Quelle verlangen. Okay, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das ist eben so das, was ich so, ja, was ich halt so problematisch finde bei der unkritischen Verbreitung der Intense World Theory und warum ich auch glaube, dass diese Intense World Theory weniger kritisch gesehen wird, als es eventuell angebracht wäre. Ein letzter Satz in diesem Video, bevor ich euch noch sage, wie ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen könnt, wenn ihr sagt, yo, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, hat, muss ich zugeben, so eine differenzierte Betrachtung zur Intense World Theory, habe ich bis jetzt noch nirgendwo gefunden, ich würde diese Arbeit, dieses Mannes dort im Video gerne unterstützen, okay, ich sage in diesem Video nicht, und das sagt übrigens auch der Spektrumsartikel nicht, dass die Intense World Theory falsch ist, aber es ist eben das, was es eben schon im Namen trägt, eine Theorie. That's it. Und wir sollten aufpassen, diese Theorie, zumal sie ja schon kritisiert wurde, als Wahrheit zu postulieren. Wir sollten sagen, yo, es gibt da diese Theorie und yo, die ist auch interessant und aber da ist noch nicht raus, ob das stimmt, ja, und es gibt auch Kritik an dieser Theorie. So sollten wir das handhaben und wie sich das alles entwickelt, ob sich nun letztendlich die Intense World Theory als die große Wahrheit herausstellt oder ob es doch die mangelnde zentrale Kohärenz ist oder die Extreme Maybrain Theory, das sind ja alles so große Autismustheorien, die im Raum stehen oder standen oder ob es sich am Ende herausstellt, dass an allen diesen Theorien etwas dran ist, okay, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, dass Autismus sich monokausal sage ich einmal erklären lässt, das werden wir in Zukunft sehen. Ja, wie könnt ihr mich unterstützen, ganz einfach, indem ihr Kanalmitglied hier auf YouTube werdet, einen Link findet ihr in der Videobeschreibung, ihr könnt zu einem kleinen monatlichen Betrag diesen YouTube-Kanal hier mit finanzieren, darüber freue ich mich natürlich von Herzen und das sorgt dafür und spornt mich natürlich auch an, immer neue Videos hier zu veröffentlichen. Ganz generell, wenn du dich für das Thema Autismus interessierst, abonniere gerne diesen Kanal. Jede Woche mindestens ein neues Video zum Thema Autismus. Ansonsten, ihr Lieben, haltet die Ohren steif, seid kritisch und nicht voringenommen und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.